Ja, war es richtig durchwachsen. Und Robens Barrichello, der Mann mit der Zwei, neu im Vertrag für zwei Jahre. Er hat hier die Pole im Handschuh. Er hat versucht mit Gewalt und verbessert sich nicht. Das hat er nämlich jetzt im letzten Sektor weggeworfen. Die ersten zwei Sektoren waren besser und da wollte er zu viel. Weil auch Michael Schumacher kommt. Finale am Österreich-Ring. Wenn er das natürlich jetzt im Ersatzauto schafft, dann wundert es mich, wenn ich ehrlich bin. Dann muss das Ersatzauto wirklich top sein. Und Robens Barrichello wird uns sagen, vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht hat der Gott heute Brasilien auf der Rechnung. Wer weiß. Ralf Schumacher.